Sie hören Bente Sommer, der kleine Kräutergarten. Gelesen von Gesa Dankwert und Markus Jürth Bachmann. Erschienen bei Aufbau Audio. Aufbau Audio ist eine Marke der Aufbauverlage. Sophie. Guten Morgen! Schwungvoll stellte Sophie ihren Thermobecher neben die stetig klingelnde Telefonanlage, schob mit dem Fuß den Schreibtischstuhl nach hinten und ließ sich drauffallen. Birte, die am Schreibtisch gegenüber saß, verzog ihren Mund zu einem schmalen Lächeln, bevor sie sagte, ein bisschen spät, nicht wahr? Sophie sah auf die große Uhr, die hinter Birte an der Wand hing und leise dem Feierabend entgegentickte, der für sie selbst heute früher beginnen würde. Nur wusste das bisher niemand außer ihr. Vier Minuten zu früh sogar. Das Telefon klingelte immer noch. Birte schob sich eine Strähne ihres langen, dunkelblond gefärbten Haares aus der Stirn. Ich komme ja lieber immer ein bisschen zeitiger, so kann ich mich besser auf den Tag einstimmen. Ja, mach doch, was du willst, hätte Sophie gern gesagt, aber lohnte sich das noch an ihrem letzten Tag? Also schwieg sie, drückte auf den Power-Button ihres Computers und wartete, während das System hochfuhr, einmal piepste und schließlich die Icons aller Programme auf dem Bildschirm auftauchten, die sie den Tag über in der Firma brauchen würde. Würdest du bitte rangehen, Sophie? Ein ungeduldiger Unterton lag in Birtes Stimme. Sophie wusste ganz genau, dass Birte klingelnde Telefone genau wie bellende Hunde auf den Tod nicht ausstehen konnte. Noch nicht, mein System ist eh noch nicht bereit. Sie nahm einen der Bleistifte aus der Schale vor ihr, schlang ihre Haare auf dem Hinterkopf zusammen und schob den Stift durch den lockeren Knoten. Lange würde er nicht halten, aber besser als nichts. Dann sah Sophie auf. Aber du kannst auch gerne rangehen, weißt du? Seit zwei Monaten saß die Lebensgefährtin ihres Vaters ihr nun gegenüber im Büro des Unternehmens ihres Vaters und versuchte vom ersten Tag an sie zu bevormunden. In ihrem alten Job, im Backoffice einer Spedition, war Birte wegrationalisiert worden, wie sie es ausdrückte. Nach nur einer Woche waren Sophie Zweifel an dieser Version der Geschichte gekommen. Es war nicht so, dass Birte unfreundlich war, aber sie wusste einfach alles besser. Und das, obwohl es doch kleine Unterschiede zwischen einer Spedition und einem Gas-, Wasser- und Heizungsinstallateur gab. Wenn Birte sich bei ihrem früheren Arbeitgeber ähnlich aufgeführt hatte, konnte Sophie sich den wahren Grund für ihren Jobverlust gut vorstellen. Birte presste ihre schmalen Lippen wieder aufeinander, sagte nichts und das Telefon klingelte weiter. Sophie seufzte leise und beobachtete den Sekundenzeiger, der langsam vorwärts kroch. Um Punkt acht hob sie ab. Sanitärinstallationen Berger, Sophie Berger, was kann ich für Sie tun? Gut, dass ich endlich jemanden erreiche. Die Stimme des Anrufers klang vorwurfsvoll, was Sophie geflissentlich überhörte. Was kann ich also für Sie tun? Wiederholte sie noch einmal ihre Frage und nickte ihrem Vater zu, der mit einem fröhlichen »Guten Morgen, die Damen« an ihnen vorbeirauschte. Sie sah an seinem schiefen Lächeln, dass er gute Laune hatte. »Nicht mehr lange«, dachte sie, »nicht mehr lange, Papa.« »Schlender, mein Name, ich brauche jemanden schnell. Meine Toilette, es ist, es ist ein Albtraum, wenn Sie verstehen, was ich meine.« »Nicht genau. Ist sie verstopft?« »Verstopft? Nein, also, also sie läuft, aber in die falsche Richtung.« »Sie läuft über«, schlug Sophie sanft vor. »Ja, so könnte man das sagen. Der Inhalt plätschert ins Bad und bald steht mir das bis zum Hals, wenn nicht sofort jemand kommt.« In der Zwischenzeit hatte Sophie das Terminprogramm geöffnet. »Ich kann Ihnen heute Nachmittag jemanden schicken.« »Heute Nachmittag, was?« Sophie nickte. »Ja, so gegen vier. Und glauben Sie mir, das ist früh, sonst hätte ich erst wieder etwas in drei Wochen.« »Heute Nachmittag ist mir zu spät. Ich suche mir jemand anders.« »Gern, viel Glück dabei. Schönen Tag noch.« Sophie legte auf. Birte räusperte sich. »Es klang so, als hätte der Anrufer den Termin nicht gewollt. Aber du hast ihn trotzdem im System geblockt?« Sie runzelte die Stirn und tippte mit der Spitze ihres Kugelschreibers gegen den Bildschirm.